Nicht um Rosen oder Einzeldate ging es an diesem Abend, sondern um eine prickelnd erotische Disco-Show. Im Zentrum des Geschehen Bachelorette Kandidat Aurelio. Unter dem Künstlernamen Auri de la Rosa zeigte er den Gästen der Diskothek Alpmax seine volle Pracht, ebenso wie seine damalige Verlobte Julie Diamond. Mit ihren Reizen geizte auch der Rest der Truppe natürlich nicht. Auch wenn Erotikdarstellerin Luna Stern einen Mann aus dem Publikum auf die Bühne holte und Marek Del Mar zusammen mit Kollegen Johnny Bravo schließlich ohne Höschen dastand, war das Highlight sicherlich Auri und Julie im Schaukasten.